so was anderes ja es ist wenigstens mal was anderes ja alles gut das war nur halb spieler gut rübergekommen aber dann im letzten moment von dem ein zu hoher die scheiß dinger da oben geblieben ist seit wann brauchen wir alles hier vier spieler was ist das für ein scheiß keine ahnung und vier spieler den riko kommen wir zurück keine gequälte seele jetzt kriegst du noch jemanden eingeladen von von links schnell start ja das heißt und wir müssen müssen jetzt mal wieder ein vierter spieler kommt ansonsten bis bald die rennen einzeln starten kann ich auch machen du hast es wahrscheinlich auch vier spieler ausgelegt war halt normalerweise nein ich habe nichts eingestellt das ist automatisch so ich habe nichts von wegen spieler bei der spielliste eingestellt ich habe nur die sachen eingefügt und gespeichert sonst wird hier immer mehr ja der lädt halt alle ein die er findet naja ich hoffe dass sich einer irgendwie sich jetzt da rein traut das problem ist auch ich konnte halt auch nur rennen für die playlist nehmen weil es nämlich so sachen wie die ganzen falsche springen und so haben sie alles raus gepatcht da ist nicht mehr drin die ganzen guten sachen die wir immer für unsere lustigen sachen genommen sind alle raus gepatcht und diese ganzen mini mission kontakt mission haben wir ja fast alles schon ruhig ansonsten wie gesagt gehe ich halt einfach raus und starte einfach einzeln immer die rennen ja ansonsten muss es halt so sein schade dann machen wir das so hat ja keinen sinn so jetzt zu warten bis einer reinkommt ja so wollen wir hatten wir drei leute momentan dann machen wir weißt du uns nix bei enrico da ist noch mal was anderes und dann machen wir noch mal playlist soviel dann gucken da geht das dann flüssiger ach sei da raus warum sagt ihr mir nix ich war gerade noch an der nachricht schreibt so ich war ein gedanken ja toll lass mich doch ja direkt vor der nase zum komischen mir scheiß ich bin ich alleine ernst probier mal erstmal ich bin 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 ich Oh well, wie kann ich performen? Nein! Oh! so hab ich da eingeladen Motorräder Erwin, es kann doch schlimmer werden Noch schlimmer als vorher? Ja, das ist gut Alter, die noch Mucki dazu, ey, Alter. Lass mich raten, du musst jetzt da rüber, oder? Oder wieder rum? Oh Gott! Also, wo bin ich? Ja, wo bin ich jetzt gelandet? Ich bin richtig, oder was? Ich bin richtig... Eis! Nein! Ihr müsst eigentlich nur hier auf das Dach hier oben schaffen. Ja, nur. Seid doch richtig! Runter, 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 runter! Hier unten ist der Checkpoint. Ach ja. Oh Gott! Ich bin auf die Fresse! Das ist noch ein kehrtes Hochhaus! Was? Und jetzt... Du... Ähm... Alter! Sollt ihr bescheuert auf so einen Mini-Balken? Soll ich jetzt fahren? Markus! Hast du mir irgendwas zu sagen? Willst du mich hier? Oh Gott! Oh Gott! Was soll denn noch langer da hinten? Oh Gott! Ihr sollt nur als Kevin... Ich hab dich mit schlippen! Drück doch einfach Dreieck, da kann es nicht wie spawnen. Ja, nein, ich bin ja... Hab ja ein Dreieck gespielt, die gedrückt, aber... Trotzdem haben wir hier ganz unten. Dann hast du die Checkpoints nicht mitgenommen. Die blöde Taubzer hat mich umgebracht! Da unten noch mehr, doch... Oh, das Ausrichten hier ist ja richtig eklig schon, ne? Oh Gott! Ernsthaft? Jetzt muss man da hochloch? Ja, du bleibst natürlich auch genau da stehen! Oh, das Ding zu macht! Nämlich! Hey! Warum schaffst du mich denn? Ich hab gar nichts gemacht! Ich gucke... Vor allem ich gucke... Ich gucke da grad hin und die Kripp nach vorne... Zum Schießen! Noch engere Balken gehen, oder? Das ist fast wie bei Gott und Roh hier, ey! Für nur, wie sie beim Sehen! Aua, aua! So, ich mach mal weiter hier, Leute, ne? Ihr kommt schon klar! Ihr macht das schon! Ich glaub an euch! Ich glaub an euch! Nein! Nein! Eine schlimme Sache muss den anderen! Ja, ich war schon drüber! Ich bin zu weit, zu schnell rübergecoacht! Ja, also... Ach, gut, ich hab' immer raus! Au, was? Aua! Das ist schon lang! Alter, ich bin grad vollgegeben mit dem geklatscht! Ach, der ist ja schon mal raus! Aua! Aber ich hab' anscheinend ein Checkpoint gekriegt! Aua! Er hat mir so was ohne was du... ich werde von dem ding zerlegt von dem fahrstuhl ja da musste ich ordentlich drin ausrichten ja ja das problem ich bin da ja drin und wird dann da hoch wogegen gedrückt so ist mich als scheiß fahrstuhl raus jetzt ist aber die kamera da ok 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 checkpoint ich kann ja gerade leider nicht helfen ich sehe ja nicht wo du bist du musst ich glaube du musst dann da die da sind also zwei balken nebeneinander da musst du in der mitte durchrutschen da muss praktisch genau in der mitte dich reinfahren und dann rutscht du automatisch runter da bist du jetzt ne da müsste an an der einen ecke müssen so schwarz schwarz und gelb doppelbalken seien ja muss ich genau in der mitte reinfahren dann rutschst du so runter wie eine rutsche nicht wirklich ja du bist in die röhre da rein ja genau 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 da wieso komme ich jetzt ich wurde gerade für mich ja quetschvollen fahrstuhl ich hatte einfach du musst quasi direkt gas geben wie das rauskommt und so ist verlegt am hochfahren falsche richtung wirklich verarschen das kommt manchmal weil der checkpoint in die andere richtung ist aber du bist trotzdem richtig ja jetzt oh gott ich dachte hier schon sehen das macht ja sich ehren so nein 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 ich gehe fest ernsthaft wo bist du denn jetzt bist du bei den zwei balken da in der mitte ein bisschen gas geben damit du hinten in der röhre rutscht ich bin da auf die jure geprallt ernsthaft das ist ein bobbing nein zu kurz ich bin da auf die jure das sieht gut aus die blume dauer ja durch die blumen quasi sage ins ziel fahren darf ich warten was ja fast geschafft was habe ich muss ich auf der straße weiterfahren nehmen sich nicht mehr ich weiß ja nicht wo warst du jetzt schon ich war schon irgendwo weitergesprungen keine ahnung bei welchem hindernis bist du gerade cap bei welchem hindernis du gerade bist nach bei dem komischen hoch und runter aber den grünen gelben ach so ich war jetzt ganz hoch irgendwo jetzt geht es um einen kran weiter genau und dann musst du ganz hinten links runter wo sich jetzt über die kran ausleger rüber genauer ja und bis ganz hinterher kommt dann links unten kommt es nicht check können sie ist dann eine ganze reine ankommt zum kostenbild der kamera nach links und siehst du jetzt hat die richtung wo soll ich denn hinfliegen damit okay verstehe darf ich durch ich bin ich bin völlig abgewogen gerade darüber ich bin ich jetzt abgekratzt zu schicken ja und rein mit euch so jetzt irgendwo ich bin ja lang jetzt nein was soll das denn jetzt bitte das ist ja wieder runter wenn ich was der die röhre da reingeht bin an der baustelle oder wo muss ich dann genau und dann und dann musst du da lassen so plattform immer so stück für stück da musst du so runter die grüne plattform genau diese türkise plattform da das und schafft mit zur türkisen plattform das merkst du jetzt erst da ist aber lange für gebraucht um das zu bemerken ich wegen ein siegfreund bekommen nein 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 ich kann nicht fest hey baby ah nee das ist war gut warum auch immer der mir jetzt sich den schwung gibt hä was sollen wir da wieder hin? in die röhre das ist schon klar und danach? ja check point entschuldigung ich wollte eigentlich noch bremsen oh Gott sei dank ey scheiße ich wollte noch bremsen sorry ach alles gut so lange wie ich nicht ins Zielfahrer geht da eh kein Dings los ja doch das ist immer passiert ja weil ich raus gegangen bin eben ach so muss ich denn hier lang nach der röhre ja das ist richtig da musst du runter genau und jetzt raus wieder runter ich war auch schon unten ganz aber da bin ich mal gestorben ja du hast ja den jackpot dort noch mal runter genau immer ganz ganz runter glaube ich ne ja genau da war ich ganz unten ich hinge fest wohl und da muss dann wieder so eine Rampe hochfahren so ein Sprung Dings ja und da landest du auf so einer schwarz gelben Plattform oder fährst du eigentlich nur gerade aus noch irgendwann da falle ich immer runter und dann ja wieder zurück ist du brauchst glaube ich da gar nicht rein du kannst glaube ich auch rückwärts wieder runter da ne oder nicht ja gut weil du runterfällst ne ja gut weil du runterfällst ne ja gut weil du runterfällst ne kommst du klar ich kratze da immer ab ja du musst du musst das mit das motorrad immer ausrichten du darfst nie irgendwie schräg aufkommen hast du die steht auf dem kann sich auf der anderen seite runterfahren und ich glaube ich die röhre durch ja ist das falsch links runter oder nicht der punkt ist oben die kamera ist sie denn ja da bist du richtig und dann da hoch genau ja und dann siehst du irgendwo eine schwarzgelbe plattform da musst du drauf genau diese plattform war jawohl und jetzt darüber und jetzt eigentlich nur geradeaus dann hast du mit der rücken die abfahrt also alles gut wir haben alle drei eins beendet die marcus hat stehen gelassen ich mag sie trotzdem nicht muss ich sagen das ist irgendwie ein bisschen sehr frustrierend aber alles gut ich kann doch was anderes anmachen alles gut ich mag es nicht dass ich es nicht spielen muss pick das ist Fool ich mag ein bisschen du das ist st du Untertitelung des ZDF, 2020